Hallo und herzlich willkommen meine lieben Freunde zu einem wunderschönen guten Morgen zu einem wunderschönen Morgen und guten Morgen natürlich auch zur Minecraft Staffel 6. Ihr mit mir seid die Gäser. So haben sie das mal reich im Fernsehen. Wir schreiben die Folge 258. Das Lied erinnert mich irgendwie immer an Bikini Bottom Zeiten. Wie heißt denn das? Joe Kirsch, Media Wide Productions, Mornings Troll. Alles klar. So, tun wir das ja mal weg. Ja, er hat den Ausgang gefunden. Er hat den Ausgang gefunden. Das gefällt mir. Der neue Minecraft Launcher ist ja da. Wenn ihr das noch nicht wusstet. Wir können ja hier auch anderes Holz reinmachen. So, von hier oben kommt ein Weg. Ja. Das geht auch hier runter. Zack. Von hier drüben kommt hier ein Weg. Nö, hier kommt kein Weg. Alter. Ich hab mich grad minimal aufgeregt. Gern den Schleichwege hier unten drunter. Ich will wieder rauslaufen. Wie er dort hinter. Zack. Jetzt fühlst du der Raum hier hinten. Da können wir auch was ganz anderes hinsetzen. Ich hab grad ein paar dabei. Ah ne. Nicht ins Bett legen. Ach, was mach ich denn hier? Lass ich rein. 18. Reicht das? Reicht das? Na, für den Knast wollte ich mir so Steinplatten nehmen. Erstmal ein bisschen was essen hier. Also ein bisschen als Lagerraum. Ja, das reicht. Guck mal. Können wir ja hier draußen diese. Da hol ich mir noch ein paar aus dem Lager. Weil da weiß ich ganz genau, dass ich dann noch welche habe. Und die Steinplatten sind auch noch da. Irgendwo müssen die hier rum oxidieren. Der Svaneta Zeugs. Die sind die Platten. Ich hab gar keine Steinplatten. Dann machen wir uns welche. So viele brauchen wir ja nicht. Da muss reichen. Mittelalterisches Flair heute hier. Ein bisschen königlich. So hinten sollen die es ja nicht so schön haben. Die Buchtis. So einfach können sie sich auch nicht durchboxen hier. So. Zack, zack, zack. Und das Lager können wir ja auch gleich aus dem Cobblestone hier machen. Zack. Genau. Hier lagert dann das Essen drin für die Inhaftierten. Die müssen ja auch von irgendwas leben. Auch wenn es nur täglich Brot ist. Morgens sind Brot einfach reingeworfen. Abends sind Brot reingeworfen. Vielleicht noch ein paar Wasserflaschen dabei. Guck mal, die nehmen das schon ja gut an. Das finde ich gut. Müssen wir mal wieder unser alltägliches Foto machen hier. Hängen wir schon wieder zurück wahrscheinlich. Das ist ja nicht. Zack, zerrack. Zack. 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 Mal hier fotografieren, was die Dorfwohner mit uns zu machen. Ah ja, hier kann ich nicht hochgehen, ne? Wenn das Bett hier drauf steht. Vor allem hier wegen den... Ja. Weil hier, das geht ja, wenn ich die Halbstufe jetzt genau vor dem Weg platziert hätte. Das wäre wahrscheinlich auch nicht gegangen. Weil das Bett... Ne, das Bett ist minimal größer als die Halbstufe. Darum funktioniert das nicht. Aber wenn ich jetzt hier jemand... Was... Das klappt da super. Um Bett geht aber nicht. Weil, wenn ihr es seht, das ist hier... Zack. Ein bisschen... Unterschied. Ein kleiner Unterschied. Klein, aber fein. Zack. Jetzt irgendwas gedrückt, nur nicht das hier. Was habe ich gedrückt? Alles klar. Vorher hatte ich gar kein Schwert in der Hand. Gut Tag. Mit was handeln? Sie sind die Bäuerin, mit der ich noch nicht gehandelt habe. Aber mit ihren Kollegen habe ich gehandelt. Da steht ja irgendwo hier unten. Das wollte ich jetzt gerade nicht hören. Das war mir klar, dass ich das nicht hören wollte. So, jetzt kommen wir mal hier zur Wand. Und... Die Innenwände wollte ich gerne einheitlich haben. Und zwar... Ich habe hier oben ja glaube ich irgendwo noch ein bisschen... Holz rum oxidieren, was ich jetzt brauche. Habe ich ein leeres Inventar? Ja, natürlich nicht. Ja. Zombie gehört. Ah, der ist wahrscheinlich hier unten drunter. So, ich tue jetzt erstmal hier aussortieren. Das tue ich ja auch erstmal hier raus. Vorübergehend. Zack, zack, zack. Brauche ich jetzt erstmal nicht. Also, das habe ich jetzt auch noch nicht gebraucht. Kommt dann Spädel. Spädel. Kommt das noch. Hume erstmal ein bisschen Stein von oben. Und ein bisschen hier Schwarzeichenholz. Weil jetzt hat man glaube ich irgendwo eine Truhe hier gepackt. Hier ist es schon mal nicht. Hier ist noch das Holz. Das können wir mal Nymph nehmen. Sonst aber auch nichts. Wo hat man denn das reingepackt? War das hier? Ich glaube aber nicht, dass das hier ist. Ne, der Holz-Truhe ist nicht. Der Stein-Truhe auch nicht. Und hier auch nicht. Ist es im Tower eventuell? Im Tower. Guten Tag. Eichenholz. Wolle. Birke. Fichte. Rd. Ne, ist es auch nicht. Glas. Ist so eine Schere drin. Äh, alte Baustellen hier. Die alten Baustellen haben sich immer gut. Guck mal hier haben wir auch noch keine Einrichtung drin. Das müssen wir auch bald mal machen. Wissen wir mal jetzt hier. Hm. Wie machen wir das? Du, 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 du. Nope. Dann waren es nicht. Die, äh, versteckten Drohne könnten da was drin sein. Hier ist ja nur Wolle drin. Und hier. Ah, was ist hier alles drin? Mitnehmen. Mitnehmen. Das kann man super gebrauchen hier. Nix. Nix. Alles klar. Hier ist ein Zombie irgendwo. Der ist unten drunter. Irgendwo unten drunter ist der. Guck mal die Schafe sieht immer so lustig aus wenn die hier auf die Pöller steigen. Oh. Autsch. Und es wird Nacht. Guck mal den Hintergrund mit diesem wunderschönen Taum. Also hier mit dem 300er. Da müssen wir dann auch mal drum bauen.